Und ein Moinsen zu den VfB News, Stand von dem Ganzen hier, falls eben morgen früh, Samstag früh doch noch irgendwas passiert, was ich jetzt nicht glaube, irgendwas Großes kommt, Stand der Dinge ist hier quasi Freitagnacht auf diesem Samstag, wo ihr es ja bekommt morgens das Video, gibt wieder ein paar Themen anzusprechen. Nummer 1 ist die Testspielniederlage von heute, wir bleiben mal ganz aktuell, da muss man auch noch trotzdem ein paar Tage zurückgehen, beim Trainingsauflag mit Labbadia fehlte Führig, hatte ja seine OP und da jetzt eben noch ein bisschen Pause danach. Auch eine schöne Nachricht, Gerhard Wörn ist zurück, der war ja auch eine Zeit lang durch die Erkrankung weg, Tumorerkrankung an der Prostata und der stand jetzt auch wieder beim Trainingsauftakt an der Seitenlinie, das ist auch schon mal ein schönes Zeichen. Und dann eben jetzt aktuell, das Spiel war so gesehen, für mich heute, für euch morgen, wie auch immer, äh gestern, perfekt, morgen, gestern, Leistungstest gegen Luzern und der ging verloren. 0 zu 3 im Robert-Schlin-Stadion, da war auch Zuschauer, durften da sein, ein paar Fans waren da, das Spiel auch tatsächlich bei Sky um 16 Uhr live. Ähm, ich muss sagen, deswegen werde ich ja auch zum Spiel nicht groß was sagen können, weil es einfach nicht, ja, nicht fair wäre, sag ich mal. Ich habe von diesem Spiel keine Sekunde gesehen, ähm, weder Zeit gehabt dazu, noch großes Interesse, wenn ich ehrlich bin. Klar, es liest sich nicht schön 0 zu 3 verloren gegen den FC Luzern, ähm, aber es ist mir am Ende des Tages mehr oder minder auch egal so. Das nächste Spiel, was zählt, ist dann halt Mainz am 21.1., ähm, da muss halt was passieren, so. Ähm, ich habe irgendwelche Fehlern von Müller wieder gelesen im Tor und, ja, defensiv wird das schwierig und so weiter. Aber da muss man halt auch nochmal sagen, da komme ich auch später nochmal drauf, ähm, beim Unterpunkt quasi. Es ist halt auch, soll es keine große Ausrede sein, Luzern darfst du auch so besiegen. Ähm, aber klar, bei dem Test hier war halt auch praktisch, ja, gefühlt keine Sau da, ne. Also, Sosa war, ist noch weg, äh, aktuell, Endo und Ito haben auch nicht gespielt, weil, waren ja auch WM-Fahrer. Mavropanos nicht dabei, Führig nicht dabei, Wagner war nicht dabei zum Beispiel. Das ist ja, gefühlt schon die Hälfte der Startelf aktuell, äh, sehr viel rotiert. Zur ersten Halbzeit war Müller, Anton, Koulibaly, Gerasi, Thomas, Stenzel, Karasot, Zagadou, Nathai, Armada, Kastanaras. Zweite Halbzeit, Bredlo, Anton, Mio, Silas, Stenzel, Pfeiffer, Zagadou, Eklow, Kohl, Aydonis und Reichhardt. Ähm, klar, du musst ja nicht verlieren, aber Testspiele sind Testspiele. So, also, wir haben auch unter Matarazzo oder unter den letzten Trainern, wie auch immer, wir haben die letzten 15 Testspiele in Folge nicht verloren. Ich weiß nicht, ich glaube sogar alle gewonnen, auf jeden Fall nicht verloren. Ähm, ja, und das hat es ja auch nicht unbedingt einen Ausschlag gegeben, dass es in der Liga dann irgendwie auch toll läuft. So ist ja nicht, wie gesagt, nach der ersten vollen Trainingswoche unter Labbadia, mit neuen Umstellungen sind wir ja auch noch gleich kommen, wurde ja auch was geleakt von Sky, ähm, was entschlüsselt, nämlich der Trainingsplan für Labbadia. Und da ist ja auch durchaus wahrscheinlich ein bisschen neu für die, viel Lauftraining, sehr früh und so weiter. Ähm, deswegen würde ich das alles nicht an die große Glocke hängen. Labbadia sagt, wir sind heute auf einen Gegner getroffen, der gut organisiert aufgetreten ist und in der Trainingsarbeit ein Stück weiter ist als wir, das kommt auch noch dazu. Ähm, dennoch haben wir in der ersten Hälfte kaum Chancen zugelassen und gegen Ende der ersten 45 Minuten die besseren Gelegenheiten. Es war ein Test, der uns viele Erkenntnisse geliefert hat, woran wir in den nächsten Tagen und Wochen arbeiten müssen. Die Struktur im Spiel nach vorne müssen wir verbessern. Auch nicht unbedingt was Neues, ne. Ähm, es hat mir nicht gefallen, dass wir im Laufe des Spiels ein Stück weit die Ordnung verloren haben, auf und zwar eine wichtige Trainingswoche, die wir nutzen wollen, um weiter an uns zu arbeiten. So sieht's aus. Sehr interessant auch, also natürlich nicht im Zuge dessen, aber passt mir auch dazu, so ein bisschen durchsagt als Bestrafung, sag ich mal. Ähm, das Trainingslager, was sie in Marbella haben, ähm, wurde um vier Tage verlängert von Labbadia. Das ist nun vom 2. bis zum 13. Januar dieses, ähm, Trainingslager. Kommen wir auch gleich zum Unterpunkt von Labbadia. Da kann nämlich jetzt auch raus, ähm, laut der Sport-Bild zufolge, sollte Labbadia, wenn er uns vom Abstieg bewahrt, äh, eine 500.000 Euro Nicht-Abstiegsprämie bekommen. Das ist, ja, nicht, nicht verkehrt. Ähm, was ja auch noch mit dem Screenshot drin ist, quasi, ähm, Thema Wohlgemut. Der hat angeblich sogar, äh, ein Stück weit beigetragen zur gezahlten Ablöse, äh, an Paderborn. Auch interessante Nummer, aber, ja, Labbadia, ähnlich wie in Magath letzte Saison. Ich glaube, da war sogar noch mehr bei der Hertha. Ich glaube, da hat sogar zwei Millionen oder sowas bekommen damals von Nicht-Abstieg. Würde eine ordentliche Summe dafür bekommen. Ähm, auch schön, noch bevor es quasi offiziell losging, war ja auch schon bei der U21 am Start, hat er sich das Spiel angeschaut auf dem Trainingsgelände. Ähm, und jetzt kommen wir eben zu diesem Trainingsplan. Der wohl härteste Trainingsplan der Bundesliga, heute enthüllt via Dennis Bayer. Er wurde von Sky, äh, gepostet. Dreimal in der Woche geht es um 7.15 Uhr los, ähm, und es wird immer schön um 8 Uhr jetzt gemeinsam mit dem Trainer oder mit dem Team, mit allen, äh, gefrühstückt. Ähm, das ist der Trainingsplan eben von dieser Woche, ne? Ähm, da ging es montags um 12.30 Uhr los mit Mittagessen. Dann Treffung, Mannschaftskabine, Training, Cooldown im Gym. Äh, Dienstag ging es dann los um 7.15 Uhr. Am Mittwoch ging es um 8 Uhr los. Jeden Tag Laufeinheiten. Jeden Tag Laufeinheiten. Äh, natürlich immer auch dabei Aktivierung im Gym und Training und so, halt das normale Tool, ne? Dienstag 7.15 Uhr, Donnerstag 7.15 Uhr. Freitag eben auch noch um 8 Uhr losgegibt mit Frühstück. Das Testspiel ja dann auch um 16 Uhr gehabt. Und auch morgen, oder heute für euch quasi, sind die Kollegen schon um 7.15 Uhr angetanzt. Weil auch da steht drin, 7.15 Uhr Treffung, Mannschaftskabine, 7.30 Uhr Laufeinheit. So ein Ding nämlich. 2.30 Uhr Mittagessen, dann ist es vorbei. Sonntag ist frei. Ist schon ein harter Plan. Ist bestimmt auch was Neues für die Kollegen oder für die Spieler halt, ne? In dem Sinne. Ähm, die 3 mal 7.15 Uhr wirkt schon ziemlich früh. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu anderen Bundesligisten. Aber das ist schon ein harter Trainingsplan, glaube ich, der ja auch irgendwo auch begründet ist. Weil wir sind ja, glaube ich, auch, ohne das jetzt gerade genau im Kopf zu haben, äh, aber wir sind ja nicht unbedingt die laufstärkste Mannschaft der Liga. Also macht das schon auch alles irgendwo Sinn, dass man da ein bisschen mehr Vollgas gibt, ne? Kommen wir zum Unterpunkt Gentner. Der war witzigerweise auch, war ja, ist, war ja quasi ein Ex-Verein. Oder ist ja gerade noch offiziell wahrscheinlich sogar noch gebunden. Äh, der FC Luzern, ähm, war heute auch noch auf der Liste drauf, quasi auf der Spielerliste drauf. Ähm, und als, als abwesend quasi genannt. Obwohl er natürlich auch am Spielfeldrand stand, aber eben nicht für Luzern gespielt hat in dem Testspiel. Ähm, und da kam jetzt auch noch ein Artikel von der STN, ähm, wo ein bisschen mehr zu sagen, oder welche Aufgaben Christi Gentner künftig übernehmen soll. Ähm, nicht viel Neues so. Kommt schon alles in die Richtung, äh, wie man sich das überlegt hat oder vorstellen konnte. Es soll nah an der Mannschaft dran sein. Ähm, es soll hier keinen Kompetenzgerangel geben mit Wohlgemut. Ähm, Vorbild soll so ein bisschen eben, wie es bei anderen Klubs ist, mit so, sag mal, Club-Legenden von anderen Klubs, die das auch machen. Clemens Fritz bei Bremen, Asamoah bei Schalke, Kessler bei Köln zum Beispiel, ne. Er soll lernen, er macht ja diesen DFB-DFL-Lehrgang-Management im Profifußball. Ähm, dass er einfach auch reinkommt in so Themen wie Verträge, Transfers, Organisatorisches und vieles mehr. Ähm, könnte logischerweise auch ein Sprungbrett werden, ne. Weil zum Beispiel auch wieder anderer Vereinbeispiel. Kehl bei Dortmund war auch zuerst, wie es jetzt Gentner auch sein wird, Leiter der Lizenzspielerabteilung. Und jetzt ist er ja, ja, hat er ja quasi seine Beförderung bekommen beim BVB. Aber mal gucken, er fängt ja jetzt am 1.1. an. Da mal gucken, ähm, ja, wie fruchtbar die Zusammenarbeit da wird. Sondern mal gespannt. Wobei wir, glaube ich, sowieso, sag mal, im Bundesliga-Alltag nicht allzu viel davon mitbekommen werden, glaube ich. Das ist, glaube ich, nichts, was irgendwie groß, äh, ja, groß irgendwie berichtet wird oder sowas, wie es gerade mit Gentner und so weiter aussieht. Müssen wir mal abwarten. Und, ja, dann machen wir ein paar Reaktionen auf die Mislintat-Entlassung. Da gab es nämlich einen kurzen Trend quasi. Ich glaube, es gab auch wieder was Petitionsartiges oder Unterschriften-Sammlungsmäßiges. Irgendwie so, dass man irgendwie es versuchen will, zu einer zwanghaften Mitgliederversammlung es zu schaffen, durch irgendwelche Aktionen, zum Beispiel eben Mitgliedschaft zu kündigen. Wenn da ein bestimmter Betrag zusammenkommt an Leuten, die das machen, dann wird irgendwie automatisch eine außerordentliche MV einberufen und so weiter. Soweit kam es nicht. Bin persönlich auch nicht groß Fan davon, von so einer Aktion. So, jetzt ist irgendeiner weg beim VfB, den ich gerne mochte. Jetzt kündige ich meine Mitgliedschaft. So, ich war auch angepisst. Ich finde es auch nicht gut, dass er weg ist. Aber, passend hierzu, hat wieder auch jemand oder einige auf Twitter gepostet. Also, die Choreo oder das Spruchband, was wir immer wieder haben beim VfB und oft auch zur Verwendung nötig ist beim VfB. Egal welcher Spieler, egal welcher Präsident, die einzige Konstante sind wir Fans. Und auch da gilt, auch ein Sven Mislintat ist nicht größer als der VfB Stuttgart. Ein Matarazzo ist auch nicht größer als der VfB Stuttgart. Deswegen finde ich das ein bisschen Quatsch. Vor allem eben, wenn du was ändern willst, dann bleib Mitglied und entscheide mit bei der nächsten Mitgliederversammlung. Dann, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man sich davon erhofft hat, von dieser Mitgliedsaustrittsaktion. Weil da kam jetzt auch dann ein Artikel, schon ein bisschen länger her auch. Ja, das war irgendwo im mittleren dreistelligen Bereich oder sowas. Was weiß ich, wie viele es dann waren. Lass es 400, 500 gewesen sein, 600 gewesen sein. Also alles andere als die, ich glaube, fast an die 10.000 oder sowas, die es hätten sein müssen für so eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Also, ja, viel, viel Drama um nichts, sage ich mal. Auch sehr schön, was eine Reaktion quasi von ihm selber vermisst hat. Auf diese Entlassung, sage ich mal, auf Instagram, sein Profil. Auch einfach ganz, ganz putzig irgendwie. Die Beschreibung war immer irgendwas mit VfB und so Geschichten. Der steht da drin als Profilbeschreibung zur Zeit. Einfach Sven. Einfach sympathisch auch. Auch eine schöne Reaktion von sich selbst. Der will ja auch erst mal Pause machen und dann mal gucken, wo es ihn hinführt. Ich gehe weiter davon aus. Vielleicht Liverpool fände ich ja cool. Habe ja auch ein Fan-Dasein, sage ich mal. Liverpool-Fan so gesehen. Und ja, das ist, glaube ich, recht offensichtlich, dass der Kollege, ich sage mal, nach oben fallen wird. Nach der Entlassung und nicht nach unten. Dann kommen wir ganz kurz zu Khedira. Ich finde, ich habe es für diese Episode auch ganz gut hinbekommen, um die Sachen zu verbinden. Weil hier geht es nämlich auch um die Position des Sportvorstands. Da ist der Artikel vom 7.12. Seither ist ja auch nicht groß, was passiert. Aber da wurde auch die Sportbild zitiert. Oder von der berichtet aus, dass es wohl einen Wunsch des Vereins gibt, dass Khedira in den Vorstand aufrücken soll. Also eben auch Thema Sportvorstand und so weiter. Mal gucken, ob sich da was in Richtung entwickelt. Kann ich mir gut vorstellen. Wir hatten es ja auch auf der PK erst gehört, dass er, also gut, wir haben natürlich als Gegenteil, sage ich mal, auf der PK erst gehört gehabt, oder rausgehört gehabt, dass Khedira bis 2024 erst mal quasi nur Berater sein soll. Aber so klar, wie auch unser AntrittspK war, ich glaube, der Mann hat schon einen Plan, einen Karriereplan. Der hat schon was vor. Also würde mich nicht wundern, wenn der irgendwann mal auf so eine Position will. Ob es dann beim VfB der Fall ist, ist die andere Frage. Wie gesagt, das war einmal so kurz, was aus der Sportbild hier was berichtet wurde. Seitdem kam dazu auch nichts mehr. Und dann kurzer quasi Übergangsblock kurz rein. Ein Link kurz als Cut-off-Point, damit wir zum nächsten Themenpunkt kommen quasi. Der hier ist auch, ich sag mal, außer Konkurrenz. Der hat nichts Großes mit anderen Sachen hier zu tun. Der Junior Cup ist zurück. Habe ich, glaube ich, schon mal berichtet, aber ich glaube, noch nicht über die Teams im Genauen. Da haben wir jetzt hier ein schönes Bild mit Nico Willig beim VfB auf der Webseite gesehen. 7. und 8. Januar wird das im Glaspalast in Sindelfingen stattfinden, im Jugendcup U19 und so. Und da ist der VfB in der Gruppe mit Manchester United, Galatasaray, Istanbul und, ist das RB Leipzig? Ja, RB Leipzig müsste das sein. Und dann haben wir in der zweiten Gruppe B, haben wir Rapid Wien dürfte es sein. Wir haben Köln, Benfica, Lissabon und den FC Augsburg. Also auch eine schöne, schöne Runde. Junior Cup ist zurück. Freut einige. Und einfach auch geile Duelle, wenn man sich für diesen Jugendbereich interessiert. Und das Coole ist ja wirklich auch, da waren ja auch teilweise irgendwie mal, ja, Sporting Lissabon oder sowas. Da ist zum Beispiel dabei. Oder auch Rapid Wien zum Beispiel jetzt auch, wo eben auch Leute merken, yo, das U19-Talent ist richtig, richtig gut. Und im Sommer darauf geht es zu irgendeinem großen Club. Ich glaube, es war, wie hieß der Typ? Ich glaube, Yusuf Demir oder so hieß der. Auch von Rapid Wien. Ich glaube, der wurde auch irgendwann mal quasi mehr oder minder erkannt bei so einem Junior Cup. Wo sie gesagt haben, yo, der Typ ist richtig krass. Dann ging es da für den ja auch zu Barcelona. Also ich meine, der ist wieder zurück, glaube ich, bei Rapid Wien oder wo immer der jetzt ist. Auf jeden Fall nicht mehr in Barcelona. Aber das ist schon auch ein Sprungbrett. Und auch für Leute, die Bock auf Jugend haben, auf Talente haben, auf Talente-Sichtung quasi haben. Das ist die Möglichkeit. Der Themenblock WM-Fahrer machen wir. Also natürlich dann gleich zu den einzelnen Spielern mehr. Ich habe hier quasi nur einen Tab offen zum Thema WM-Fahrer. Nämlich so viel verdient der VfB an seinen WM-Fahrern. Ist interessant, weil man kriegt tatsächlich einen Tageslohn, sage ich mal, dafür, dass man eben seine Spieler abstellt für das. Und das sind 9.600 Euro pro Tag und pro Spieler, die man abstellt. Genau. Und Sosa ist ja recht weit gekommen. Für Endo und Ito war es ja quasi eine Runde Frühjahrsschluss. Ne, so gesehen zwei Runden, weil Sosa hat ja heute Abend noch das Spiel und Platz drei. Aber da kommt dann auch ein kleiner Betrag zusammen. Irgendwie wahrscheinlich irgendwas zwischen einer, anderthalb Millionen. Irgendwie sowas in die Richtung. Aber finde ich auf jeden Fall interessant. Wusste ich bisher auch noch nicht den genauen Betrag. Wurde jetzt auch berichtet. 9.600 Euro pro Tag und pro Spieler, den man abstellt für so ein großes Turnier. Kommen wir zu Borna Sosa. Da gab es erstmal ein cooles Video, was natürlich wie alle anderen Links auch im Sammellink hier verlinkt ist, von knerz.tv. Vor drei Wochen ist das her. So ein Sosa-Video einfach über ihn als Person. Auch mit englischen Untertiteln. Haben es auch über mehrere kroatische Spieler gemacht. Wahrscheinlich auch so eine, ja, sag mal, Nationalmannschaftsserie, sag ich mal, zur WM passend. Und kamen auch ein paar Blogger und so weiter vom VfB zu Wort. Rund ums Berlin-Spiel war es wahrscheinlich, wo sie danach interviewt wurden oder davor interviewt wurden. Danny Galmes dabei hier. Sebastian Roos ist dabei und sowas. Echt ein cooles Video. Wie gesagt, ist zwar auf kroatisch, aber hat englische Untertitel. Also kann sich das auch geben. Schönes Ding. Dann kam ein Gerücht, was ich auch schon echt ein bisschen habe kommen sehen tatsächlich. Habe ich ein bisschen kommen sehen. Holt Stuttgart den Sosa-Nachfolger von Hertha BSC. Bei Sosa ist ja weiterhin klar einer, der im Winter schon gehen könnte. Da habe ich ja auch, ich weiß gar nicht, in welchem Video es war, aber auf jeden Fall irgendein Video auch quasi am Rande berichtet, dass er auch da der L'Equipe aus Frankreich da gesagt hat, jo, ich glaube auch, dass er mir Zeit wäre, nach der WM mal den nächsten Schritt zu machen. Also er war jetzt nicht so bockstark bei der WM, aber trotzdem ist es ja dann ein Halbfinalist und vielleicht sogar auch ein Drittplatzierter bei der WM. Das pusht natürlich so oder so. Auch ein bisschen leistungsunabhängig, würde ich fast sagen. Und da kommt die Hertha ins Gespräch oder ein Spieler von Hertha ins Gespräch. Da habe ich ein paar Mal auf Twitter gelesen, die Gerüchte, dass Maximilian Mittelstädt wohl bei Hertha eben den Auslaufvertrag zum Sommer hin nicht verlängern wird und wohl zu einem Bundesliga-Klub wechselt. Dass man so die Gerüchte gelesen hat und dachte mir, jo, Linksverteidiger, könnten wir bald gebrauchen, wenig Kohle, weil wir haben ja nichts, würde passen. Und dann kam auch der Kicker direkt mit eben genau dem passenden Gerücht, dass wir eben diesem Sommerabgang von Mittelstädt ablösefrei zuvorkommen könnten und eben ihnen für eine passende Weise, wie jetzt zum Beispiel in Kempf auch zu Hertha, der ja auch nur 500.000 Euro gekostet hat, weil eben der Vertrag auslief, ein halbes Jahr später eben auch für wenig Geld mitnehmen könnte. Im Winter sollte eben Sosa wechseln. Du kriegst einen Sosa nicht 1 zu 1 ersetzt. Das passiert ja nicht. Also das können wir, glaube ich, schon mal ausschließen. Die dicke, also kommt natürlich oft an, was wir auch für Kohle bekommen für Sosa. Wenn ich diese 15 bis 20 lese, ist das mir echt zu wenig. Dafür haben wir noch zu langen Vertrag bis 2025. Ein WM-Halbfinalist, der wirklich bis auf ein Spiel, ich glaube ein Spiel war er irgendwie angeschlagen oder so, oder krank. Wir haben das sonst jedes Spiel von Beginn an gemacht, soweit ich das im Kopf habe. Also da darf schon mehr gehen bei so einem Vertrag bis 2025, bei einer WM, bei der Qualität von ihm, bei dem geringen, kleinen Markt für so Außenverteidiger und eben auch bei einem Marktwert, der ja eigentlich über die Ideen geht, die gerade so genannt werden, diese 15, 20 Millionen, wenn man liest, der Mann hat doch, glaube ich, auf jeden Fall mal mindestens 20 Millionen Marktwert. Da muss eigentlich fast mehr in Richtung 25 oder fast in Richtung 30 gehen. Die Frage, ob man die bekommt, weil die Klubs wissen auch, ey, der VfB ist klamm. Die werden schon auch einen Ticken früher über einen Abgang überlegen müssen, rein geldmäßig. Aber ja, Mittelstädt wäre ein interessanter Neuzugang, einfach weil er wenig kostet, Bundesliga-Erfahrung hat, auch noch in einem recht guten Alter ist so, mit 25. Niveau, wie gesagt, der wird Sosa nicht 1 zu 1 ersetzen können, im Leben nicht. Hat er auch so ein bisschen ein ähnliches Ding, was ich so gelesen habe, wie eben Sosa, offensiv schon gar nicht so verkehrt. Ich glaube auch öfter mal Richtung linkes Mittelfeld eher gewesen, als linke Verteidigung. Und deswegen auch so ein bisschen 1 gegen 1 und in der Rückwärtsarbeit oder eben in der Defensivarbeit ein bisschen schwächer. Also, ja, könnte ich mich, glaube ich, mit anfolgen mit der Lösung. So richtig abholen tut es mich aber nicht, wenn ich ehrlich bin. Und hier noch ein letztes, was auch einiges sagt, zu Sosa. Und das ist auch eine große Frage, die ich immer auch im Kopf hatte. Wie sehr hängen die Spieler an einem Misslind hat? Gerade so Talente, die von ihm einen Weg aufgezeigt bekommen haben und so weiter. Wie sehr haben die sich mit dem VfB verbunden, weil ein Misslinder da war und den Weg gezeigt hat? Also, haben wir, also im schlimmsten Fall müssen wir Angst haben, dass durch den Abgang von Misslinder andere Spieler im Verein sich jetzt denken, ey, jetzt ist der Mann auch noch weg. Sportlich läuft es nicht so gut. Vielleicht gehe ich als Talent dann doch noch ein bisschen früher. Ob wir uns diese Angst machen können? Bei Sosa glaube ich sowieso, dass er nicht mehr allzu lange bei uns da ist. Vielleicht bleibt er wenigstens bis Sommer. Aber da gab es eben auch, bisher hat er auch einen Post gemacht, glaube ich, auch zu Ito und Endo, als die weitergekommen sind, glaube ich auch. Aber eben auch zu Sosa. Yes man, you did it. Next station, last four. Also eben vor dem Halbfinale, dass sie es geschafft haben, da reinzukommen, eben Brasilien rausgeworfen. Das ist natürlich einfach auch eine starke Nummer. Und darunter hat Sosa eben auf Instagram geschrieben in den Kommentaren. Best Boss ever. Also ich glaube, da war der Zusammenhalt schon ziemlich da mit Misslintat. Das ist die Frage, bei wie vielen anderen das auch noch so aussieht. Kommen wir zu Wataru Endo, wo wir auch, oder wir, ich, wie auch immer, uns ja auch so leicht noch Angst machen können. Vielleicht. Ich will es gar nicht aussprechen. Aber der Mann hat auch, sehe ich jetzt auch, in der Bundesliga weiß man glaube ich mittlerweile, wie gut er ist. Auch diese Hansi Flick Aussage vor dem Deutschlandspiel, einer der besten Mittelfestspieler in der Bundesliga, seitdem er eben da ist, so gesehen. Aber jetzt hat er auch auf Twitter zumindest, auch international von so Scouting-Plattformen und so Geschichten und Scouting-Accounts und so weiter, größeren Accounts, auch die Wertschaft zum Willkommen. Die haben gemerkt, oh shit, der Kollege kann kicken. Der hat eine gute WM gespielt und da ist eben auch so die leichte Angst, dass der Kapitän eben da vielleicht auch sich Abgangsgedanken machen könnte, wenn, das eben ist große, wenn, wenn eben irgendein passender englischer Club kommt. Weil das ist ja, sein Ziel hat auch schon nochmal vor der WM bestätigt oder bekräftigt, dass er eben gerne mal in der Premier League spielen würde. Natürlich klar, auch da gesagt, Ziel wäre mal eine Champions League, aber ich glaube, erstmal, erstmal Premier League ist vielleicht besser zum Tiefstapeln erstmal. Und da ist eben schon durchaus die Angst da, dass da vielleicht ein Club auf ihn aufmerksam geworden ist über die WM, über das große, ja, das große Schaufenster, sage ich mal. Noch gibt es ja absolut keine Gerüchte. Ich schätze Ende auch nicht als einen ein, der es in dem Alter eben auch, sage ich jetzt gleich, im Vergleich mit Kalajic und Mangala ziehen wird, eben auch in dem Vergleich, in dem Altersvergleich, nicht sagt, ich muss diesen Schritt jetzt ums Verrecken machen und dann gehe ich halt zu Platz 16 in der Premier League, um mich da nochmal in Schaufel zu spielen. Ich glaube, da muss schon auch etwas Sinnvolles kommen für ihn. Hoffe ich mal nicht, dass da was passiert. Auch schon mal ein schönes Zeichen, ich würde es gar nicht überbewerten wollen, als gutes oder tolles Zeichen. Ich glaube, Endo ist einfach so professionell, aber der hat wohl scheinbar seinen Urlaub nach der WM unterbrochen, um eben auch zum Trainingstart ohne mitzutrainieren, weil er eben auch noch so ein bisschen angeschlagen ist, eben sich dann doch auch mal mit Labbadia quasi zu unterhalten, dass er sich den vorstellen kann und so weiter. Ist er Kapitän, ist er wichtig und Labbadia hat auch gesagt, Vataro ist ein sehr wichtiger Spieler im Kader. Wir werden sehen, ob er das Amt behält beim Thema Kapitän. Ich weiß jetzt nicht, warum er das ändern sollte. Ja, genau, aber vielleicht leichte Angst zu machen, ich hoffe, ich hoffe mal nicht. Und dann noch Hiroki Ito, gehört auch dazu, auch ein WM-Fahrer, ob er noch nicht so viel gespielt hat bei Japan. Da ist er auch schon länger als Gerücht, dass wohl die AS Rom Interesse hätte. Wurde auch nie konkreter, also wir haben diese eine Quelle, diese romapress.com, äh, .comperfekt.net, dass die wohl vorhaben, ein Angebot zu machen, aber dass sie nicht wirklich über 5, 6 Millionen hinaus wollen. Damit wäre eigentlich für mich auch das Thema so ein bisschen vorbei, weil Ito hat auch noch lang genug Vertrag, glaube ich, ist jung. Natürlich wäre die Steigerung krank, wenn du im Sommer für 500.000 holst in Summe, mit Leihe und eben dann Kaufoptionen und den im Winter einfach für 6 Millionen weiterverkaufst wieder. Aber hoffe ich mal nicht drauf, logischerweise. Auch einer meiner Lieblingsspieler. Find's ja immer wieder schade, wenn da zum Beispiel Zagadou eben vielleicht den Rang abläuft. Könnte aber auch sein, natürlich, dass der eh dann auch mehr und mehr zum Stammspieler wird bei uns, wenn eben dann so sehr geht man dort das Ganze intern löst, was ja auch schon mal in den Gerüchten war, dass er eben quasi dann Ito Linksverteidiger gibt und dann dafür Zagadou eben als Linker Innenverteidiger spielt und ja, wie ich gerade schon angefangen habe, 5, 6 Millionen. Der Mann hat glaube ich gerade aktuell einen Marktwert von 5,5 Millionen laut Transfermarkt.de. Wie gesagt, noch lang genug Vertrag, aufstrebender Spieler, Talent. Ja, da würde ich schon gerne an die zweistellig gehen, an die 10 Millionen gehen. Ich glaube nicht, dass die Rom zahlt. Da ist ja wieder die Frage, wie dermaßen am Arsch sind wir finanziell? Müssen wir sogar sowas machen? Ich hoffe es nicht, weil ich Ito echt sehr gern habe. Aber ja, das Gerücht gab es auch schon ein bisschen länger her, wurde auch nie genauer, hat Sky nie aufgegriffen, hat Kicker nie aufgegriffen und sowas, oder nie tiefer aufgegriffen. Deswegen würde ich da auch erstmal einen Haken dran setzen, hoffentlich, wie auch bei Endo. Dann der Überpunkt Transferfenster, da gab es natürlich auch ein paar Geschichten rund um den Trainingsstart, weil eben zum Beispiel auch ein Irma Bayers da einfach rumgerannt ist beim Trainingsstart, weil den hat mal, da ist man wohl sehr kurz davor, die Leiter abzubrechen, weil er eben nicht wirklich auf Spielzeit kommt. Dasselbe Thema bei Klimawitsch bei Bielefeld, also Bayers bei Magdeburg, Klimawitsch bei Bielefeld, da hieß es dann auf der PK und so weiter in den nächsten zwei Wochen Klarheit und so weiter. Vermutlich holt man beide zurück. Mal gucken, wie die trainieren, vielleicht überzeugen sie ja doch irgendwie Labbadia, sonst würde man da gucken, dass man die weiterverliehen bekommt, das ist ja auch ganz klar. Und dann war es, was ich auch gar nicht so richtig auf dem Zettel hatte, aber jetzt durch den Zeitungsvertrag Weibling im Artikel auch mal gemerkt habe, also Nummer eins ist ja klar, jetzt haben wir hier einen Artikel gemacht, gehört zu Aufgaben für Wohlgemut, ist natürlich Thema Tomasch und Cero Gerasi, die ja beide im, ja, Juni auslaufen, die beiden, die beiden Laien. Bei Tomasch sind es 15 Millionen, Kaufoptionen bei Gerasi sind es 9 Millionen. Ich hoffe, dass wir wenigstens Gerasi ziehen können, das wäre schon sehr nice. Ich glaube, selbst wenn er die Rückgründe und seines Lebens spielt, wirst du keine 15 Millionen für Tomasch zahlen und vor allem auch eben nicht zahlen können. Auch das sowieso nur bei Liga verbleibt, das ist ja auch ganz klar, nur bei Liga verbleibt. Koulibaly könnte wohl, ist immer noch in den Gerüchten, dass er wohl auch diesen Winter schon wechseln könnte. Sein Vertrag läuft ja, glaube ich, auch sogar im Sommer aus. Hatte ich auch so gar nicht mehr im Kopf, hat 2 Millionen Marktwert auf Transfermarkt.de und da müssen wir mal gucken, ob was Passendes kommt in diesem Winter. Aydonis ist auch so ein bisschen unklar, die Durchsetzer hat der SIGA auch noch nicht bisher. Dann hast du eben ein paar Leute wie Endo, Stenzel, Bredlo, Flock, äh Flock, perfekt, Florian, Schock, erstmal verbunden die beiden und Ekloff, wo die Verträge im Sommer auslaufen, Sommer 2024 aber, also noch anderthalb Jahre Vertrag haben und auch da sollte man gerade eben bei Endo und so weiter schon auch mal gucken, dass man da frühzeitig anklopft und sagt, ey, wie sieht es aus mit einer Verlängerung, dass man eben da nicht in irgendwelche Scheißsituationen kommt, dass man irgendwie kurz vor Schluss oder wieder ganz eng irgendwo noch eine Vertragsverlängerung nur ein Jahr vor Ende oder ein halbes Jahr vor Ende noch diskutieren muss. Das wäre schon schön, wenn man da, ja, früh dran ist und eben auch hier wird nochmal Sosa genannt und natürlich auch noch eine Personalie, die gleich noch kommt. Jetzt erstmal noch ein Gerücht, was einen Neuzugang angeht und das nämlich Milosevic und das ist echt, da muss ich echt sagen, gut, dass ich doch manchmal jeden kleinen Furz hier mitnehme in diese Folgen, sag ich mal, jeden Link mir abspeicher, weil das hatten wir schon länger her, das weiß ich, also ich will sich einschätzen, wie lange, aber schon auf jeden Fall länger her in VfB News müsste auch gewesen sein drin, dass irgendein irgendein serbischer Twitter-Account geschrieben hat über Talente und so weiter, dass der, dass Missnet wohl eins an der Angel hat und wir den wohl holen. Das ist wirklich schon lange, lange her und jetzt kommen auch die richtigen ernsthaften Gerüchte, Milosevic oder Milosevic, ich denke mal eher Milosevic, ähm, Jovan mit Vornamen 17 Jahre alt, den haben wir wohl tatsächlich an der Angel, hat wohl Missnet hat noch vor seinem Abschied quasi mehr oder weniger fix gemacht, dass der Bock auf uns hat, dass er kommen will, Jahrgang 2, 5, ähm, aber Situation hier ist ein bisschen schwierig, ähm, 1,92 groß ist der Kollege, ähm, und da ist eben jetzt die Frage, wie machen die das Ganze, der Vertrag von ihm läuft im Sommer auch aus, also Juni 2023 läuft das aus, ähm, da wäre dann eine Ausbildungsentschädigung nur fällig, also quasi nix, was weiß ich, 200.000 oder so, was da so manche, äh, Ausbildungsentschädigungen sind, ähm, und da ist eben das Thema, dass sie gerade dadurch, dass er eben wahrscheinlich auch zum Club zahlt hat, Jungs, der VfB will mich, da will ich auch hin, und so ist scheinbar auch dort, dass er, dass er so ein bisschen auf dem Abstellgleis ist, leider gerade bei FK, Woj, wo Dina, Novi sagt, ähm, und deswegen auch da keine Spielpraxis mehr bekommt, das ist ein bisschen scheiße, ähm, monatelang Einzeltraining und keinerlei Wettkampf würde das heißen, wenn er erst im Sommer kommt, ähm, für den Winterwechsel würden sie gerne rund 600.000 Euro haben, ähm, der, die, die Verantwortung nicht von Novi satt, ähm, Problem ist aber eben, er ist Serbe, er ist dadurch nicht EU-Bürger und könnte damit auch bei uns in den, in den U-Bereichen, also U19, wie auch immer, könnte er nicht spielen, aus Grund, von, von irgendwelchen Regularien, so war es wohl auch schon bei, bei Ömer Bayers, ähm, das eben ein bisschen Kacke, da müssen sie jetzt wirklich mal gucken, wie sie das lösen, auf jeden Fall ist das Top-Talent auf dem Sprung zu uns, hat Bock auf uns, ich mag mir jetzt gar nicht großen Urteil bilden, ich hab, bin kein Scout oder so, ich hab den nie groß verfolgt, aber es soll wieder ein absolutes Top-Talent, Riesentalent sein, im Sturm, auch schon in dem Alter, ähm, und das Schöne ist auch hier, Wohlgemuth hat das Ganze bestätigt, äh, er war sehr auffällig, auch international, mit ihm beschäftigen wir uns auch und sind in Gesprächen, mal schauen, wohin diese Gespräche führen, ähm, wie gesagt, weil eben das auch nicht klappt mit der Anmeldung, er darf auch erst nach seinem 80. Geburtstag offiziell wechseln, auch das sind wieder internationale Transferregelungen, weil er eben kein EU-Bürger ist, äh, macht alles schwierig, ähm, und es kann, oder eine Möglichkeit, die Sky hier bringt, ist, dass er eben quasi im Januar bei uns den Vorvertrag unterschreiten und eben der Wechsel dann im Sommer vollzogen wird, ähm, unter anderem sehr auf sich aufmerksam gemacht, hat er sich wohl bei der US-17-Europameisterschaft mit fünf Treffern, äh, Stärken im Abschluss, Kopfballspiel und in der Athletik, ne, 1,93 groß, könnte so ein bisschen der nächste Kalejtitsch werden, ähm, das, ja, interessantes Ding, wenn der noch für ein bisschen hat geholt wurde, macht das mir auch Hoffnung, dass das ein guter ist, ähm, das Thema ist dann nur im Sturm, also, da hast du halt echt ein Überangebot im Sommer, ne, also an Talenten, brauchst natürlich einen Gestanden, deswegen hoffe ich sehr darauf, dass man Gerasi halten kann, dass man die Summe zahlen kann, die neun Millionen, die ich stand jetzt auch zahlen würde, der macht schon einen guten Eindruck, hat gut, funktioniert gut bei uns da vorne drin, sonst hättest du Milosevic, du hättest Sanko, der zurückkommt, TPD kommt zurück, du hast Kastanaras noch, der aktuell bei den Profis dabei ist, gut, Kohl hast du auch noch, der ist aber mehr oder minder, was heißt, also, ich glaube offiziell vom VfB, nicht, aber andere Leute, ich glaube Phil Meisel war es zum Beispiel, haben jetzt so ein bisschen abgeschrieben schon, ich glaube auf den sollte man nicht mehr so viel setzen auf den Kohl, oder nicht mehr so viel Hoffnung reinstecken, in den, dass da vorne wieder wirklich drei, vier Top-Talente eben rumrennen, und das bringt ja in dem Sinn auch nichts, weil irgendwer sollte ja spielen, oder die sollten ja Spielpraxis bekommen, in der höchsten Liga eben auch, auch eben woanders als in Serbien zum Beispiel, da wirst du nicht drei, vier Top-Talenten vorne gerecht werden können, also bin ich sehr gespannt, wie sie das dann da vorne auch lösen wollen würden, im Sommer, aber wäre natürlich geil, das nächste Top-Talent, wie gesagt, auch da sage ich generell, klar, alles ist Geld, auch die Ausbildungsentscheidung wäre Geld, oder die 600.000 im Winter wären Geld, aber kein Geld, wo man so krass viel falsch mitmachen könnte, im Sinne von der SE-17, wenn der so halbwegs funktioniert, dann ist das so wieder mehr wert, als eben dieser ablösefreie, oder Ausbildungsentschädigungsvertrag, sage ich mal, oder Transfer, besser gesagt, dazu fällt mir auch gerade ein, wo wir gerade bei dem Thema sind, wo wir doch schon ein bisschen viel ausgegeben haben, das ist ein anderes Thema, ist Wahid Fahir, der kommt ja auch noch zurück im Sommer, außer die in Dänemark, Nordjylland, Kaufdien über die Kaufoption, die drin ist, im Leihvertrag, aber der kommt ja auch noch zurück, also da haben wir echt ein Überangebot vorne, bin ich gespannt, wie sie das dann regeln im Sommer. Dann einer, den ich hier aktiv aus den, einfach mal, ja, ignoriert habe, im Kicker-Text und im ZVW-Text, ist nämlich Silas, da wird es auch hoffentlich bald gute Nachrichten geben, nach Bildinfos, oder auch nach anderen Infos, oder Zeitungen und alles, haben alle quasi das gleiche berichtet, Silas Verlängerung fast fix, wurde ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass das eine klare Priorität ist, seine Verlängerung, weil auch sein Vertrag läuft 2024 aus, sein Berater hat auch gesagt, dass es gute Gespräche gab, alles läuft sehr respektvoll ab, und der soll wohl noch, der Vertrag soll verlängert werden, bis zu 26, das soll auch ein bisschen mehr Gehalt drin sein, dann für Silas, man möchte da eben ersten Interessenten, die es wohl gibt, laut Gerüchten, aus der Premier League aus England, wenn wir direkt ausstechen, Silas sowieso ja auch ein absoluter Fan-Liebling, der Verein stand auch bei ihm, beim Thema Identitätsschwindel und so weiter, stand der Verein voll hinter ihm, auch er mag den VfB, ich glaube, wir hätten glaube ich ins Herz geschlossen, das ist einfach eine Sache, die passt zusammen, und man will eben diesen Vertrag, bis zu 26, noch vor dem Abflug ins Trainingslager, in Marbella unterschreiben, wir haben vorhin gelernt, das geht von 2. Januar war es glaube ich, 2. oder 3. Januar, Anfang vom Trainingslager, noch davor wollen sie es wohl klar machen, wäre natürlich ein sehr schönes Zeichen, Silas auch interessanterweise, ist noch, oder muss noch mal, vor das Amtsgericht Stuttgart, wegen eben, wegen dem Identitätsschwindel, am Mittwoch war was angesetzene Verhandlung, aber die wurde verschoben, ich glaube die Richterin war krank, oder irgendwie sowas war da glaube ich, und der neue Termin soll wohl im Februar sein, da, aber so oder so, ich sage mal einfach nur Pflichttermin, auf dem wird wohl keine Riesenstrafe, oder nichts Wichtiges quasi passieren, vielleicht irgendwelche, also, soll jetzt nicht falsch klingen, also nichts Wichtiges im Sinne von, er kriegt ja irgendwelche Tagessätze, die er zahlen muss, die wird er zahlen können, mit seinem, mit seinem Fußballergehalt, das meine ich in dem Sinne von, von nichts Wichtiges, also nichts zum Thema, irgendwie Sperre, oder wie auch immer, das ist quasi mehr, mehr oder minder einfach noch mal ein Pflichttermin, der dann jetzt erstmal verschoben wurde, und dann gucken wir weiter, hoffentlich verlängern wir, und dann kann Silas hoffentlich weiter frei aufspielen, dann habe ich noch ein Tab offen, auch so das Übergangsding, dazu nichts eigentlich so richtig passt, Jubiläum, Jubiläum, wir machen uns lustig darüber, ist mir egal, mache ich jetzt, heute vor einem Jahr, gut ist auch schon länger her, es war am 11. Dezember, aber so gesehen, heute vor einem Jahr und sechs Tagen dann, der bis dato letzte Auswärtssieg des VfB, wir haben es geschafft, wir haben ein Jahr geknackt, Bundesliga 15. Spieltag, ein 2-0-Sieg in Wolfsburg am 11. Dezember 2021, unser letzter Bundesliga-Auswärtssieg, klar, gab Testspiele, es gab auch das Pokalspiel in Dresden, aber Bundesliga-Auswärtssiege sind offiziell ein Jahr her, aber, ohne mich jetzt hier, doch, wir machen uns schon durchaus darüber auch ein bisschen lustig, sind wir ja mal ehrlich, aber das bietet mir auch nochmal einen Übergang zum quasi letzten richtigen Punkt vom Outro von diesen VfB-News, nämlich der Punkt Tickets. Klar, es gibt auch Heimtickets jetzt mittlerweile, freie Verkäufe, irgendwelche Mitgliedervorverkäufe und so weiter, für eben die nächsten Spiele dann Januar, Februar, aber am wichtigsten, ich habe mir auch schon Tickets geholt, ich hoffe, das klappt alles, habe ja meinen Werkstudentenpost und so weiter, aber das sollte klappen, weil es eben einfach auch ein Abendspiel ist, Hoffenheim gegen Stuttgart, Auswärtsspiel, ich habe schon Karten im Auswärtsblock, im Sitzbereich, der ist auch schon längst ausverkauft, auch schon im Mitgliedervorverkauf ausverkauft gewesen, in Hoffenheim, Dienstagabend, 24.01. 23. um 20.30 Uhr ist Anpfiff, englische Woche, aber das, worüber ich sprechen will, die noch keine Tickets haben, und einige wollen da ja auch hin, wir werden da so oder so, wieder ein absolutes Heimspiel machen, aus dem Auswärtsspiel, das ist sowieso klar, war er letztes Jahr auch schon dabei, das war aber ein Freitagabend, das war ein bisschen deutlich attraktiver, auch für die Bahnrückkehr und so weiter, wie viele Bahnen fahren und so was, eine Anbindung und so weiter, war besser als dieser blöde Dienstagabend, aber es gibt natürlich auch wieder um den Auswärtsblock herum einen freien Verkauf von Hoffenheim, der jetzt seit ein paar Tagen gestartet ist, gibt den Block I, der so gesehen rechts vom Auswärtsblock ist, oder wenn man im Auswärtsblock sitzt, links vom Auswärtsblock ist, da kosten die Karten aber einfach 52 Euro, also weiß ich jetzt nicht, so die unmittelbar dranliegenden Plätze sind schon alle weg, also ich glaube, das sind schon einige VfB-Fans, die eben auch schon nachgekommen, Block F gibt es, wenn man quasi im Auswärtsblock steht, ist das rechts vom Auswärtsblock, da gibt es auch Plätze, das sind auch eigentlich schon einige Plätze, direkt quasi anliegend an den Auswärtsblock, auch schon verkauft sehe ich hier, die kosten dann 37 Euro, also ein bisschen erschwinglicher als die 52, trotzdem noch wild, dass wir da einfach schön ein Heimspiel machen, draus machen, also ich glaube, damals in Hoffenheim waren ja auch noch ein paar Corona-Regeln da, also auch eine Beschränkung, ich glaube, da waren es um die 18.000 da, und ich glaube, 5.000 bis 6.000 waren es vom VfB dann dort, ich glaube, so viele erwarte ich mal nicht vom VfB, die 18.000 können schon auch bei Hoffenheim passen, ich weiß nicht, wie allzu viel voll das da wird, in einem Dienstagabendspiel beim Hoffenheim-Heimspiel, was deren Fans angeht, aber ich glaube schon, dass wir ja so an die 3.000, 4.000 rankommen könnten, auswärts schönes Heimspiel, auswärts draus machen, hier mein Ticketservice, den ich euch gerne liefere, wie gesagt, auch Heimspiele und so weiter, gibt es jetzt die Verkäufe auch für Leipzig, gibt es Verkauf für Auswärtsspiel, Paderborn wird schon ausverkauft sein, glaube ich, das Pokalauswärtsspiel, gerne reingehen in die Tickets, nicht vergessen, es geht schon los, wir haben zwar erst Dezember und gefühlt noch ewig Winterpause, bis das erst wieder weitergeht, dann Mitte Ende Januar, aber die Verkäufe starten schon oder haben schon gestartet, und damit sind wir durch mit den VfB-News hier gediegen, auf den Samstagmorgen, oder halt für mich hier gerade auf die Freitag auf Samstag Nacht, wie immer natürlich gerne den Kanal abonnieren, und wenn ihr es nicht getan habt, hier natürlich auch zur Vollständigkeit, um quasi alles mitbekommen zu haben, natürlich auch die einzelnen Videos angucken, wo News dabei waren, Pressekonferenzen dabei waren, Labbadia, neue Trainer, Wohlgemut, neue Sportrechnung und so weiter, was ich hier natürlich nicht mehr angesprochen habe, weil ich es schon behandelt habe in den Videos, ganz klar Geschichte, und auch immer der Aufruf, mir gerne auf Instagram zu folgen, weil einfach da Geschichten, wie auch das Talent und so weiter, die ganzen Gerüchte, viel, viel schneller bekommt, als hier diese VfB-News, und sie gefühlt so alle drei, vier Wochen mal gesammelt kommen, wenn es sich eben lohnt, so ein längeres, podcastartiges Ding zu machen, Instagram-Story, Screenshot, rein damit, geht natürlich am schnellsten, deswegen gerne für die, ja, um up-to-date zu bleiben, gerne auf Instagram folgen, bedanke mich hier fürs Zuschauen, natürlich wie immer, bei so Geschichten, viel mehr fürs Zuhören, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.